Hallo Leute, hier ist der neue Wanderstab vom Wald eines Wirtes, den ich gefragt habe, zubereitet für einen Kameraden. Der geht morgen ins Fichtelgebirge. Und zwar gehen wir morgen ins Fichtelgebirge, das ist Bischofsgrün, Fichtelberg, Neubau und alles mit dem Bus und dann später zu Fuß mit dem Ochsenkopf, mit dem Lüft. Und weil die Leute so zahlreich in Berlin waren, gehe ich eben mit meinem Kameraden, der den Wanderstab bekommt, am morgigen Tage ganz früh bis abends spät die Runde ins Fichtelgebirge. Weil die Leute in Berlin waren, gehe ich zu die Zwerge, Riesen, zu die Kobolde, zu die Nixen und Feen am See und im Berg. Die kriegen dann was mit, verstehst? Und wenn es zu Agar wäre in der Stadt, dann kämen die Kings of the Mountains und reparieren hin und wieder. Was geht zu den Bannieren? Da drücken wir mal die Daumen. Das ist wie gesagt der neue Stab. Und der wird auch ausgeliefert in Bischofsgrün für die magische Hand vielleicht, wenn der Paul nichts dagegen hat. Das ist mein Kamerad. Ich habe noch einen schwarzen und ein ganzes Sammelsudium. In einer Blechbox wird ein ganzes Sammelsudium an Holzmünzen auch noch serviert. Für Bischofsgrün und für Fichtelberg. Neubau für den Ochsenkopf wird dann immer ausgelegt. Und für den Vermögenden, der es mögt, ausgebreitet. Also magisches Opfer. Ja, so, wenn man will. Und dann schauen wir, dass es wo reinkommt. Das ist ja seit 2020, seit diesem Jahr Gottesbrunnenbezeugung, 15.11., 15.05., an der Schlosskirche zur lieben Frau. Und des Weiteren ist seit 2018 einig wieder anerkannt worden. Das heißt, wir sind eigentlich schon auf der Endphase des weiches Aufsitzen in dieser Dimension. Es waren ja 30 nebeneinander. Es sind welche verschwunden leider. Gott hat sich seelisch meine Anteilnahme. Und es sind welche bestunden, 30 Stück. Und wir sind halt eine. Und wir haben den Corona hier. Ja, das ist das Problem. Woanders gilt es gar nicht zum Teil. Bis die Tage. Gehabt euch wohl. Geht 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 euch wohl.